So, jetzt geht es zum Boss. Ich bin gut vorbereitet, weil ich das erste Mal überleben bis da unten. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Hier, hier runter, Leiter, Leiter, hier unten, so, und jetzt, nochmal Leiter, hey. Oh, jetzt nicht lang. Wow. Oh. Oder? Ja, 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 hier lang, genau. So. Gift. Wichtig, glaube ich, jetzt. Hm. Was nehmen wir noch? Frostbrand. Frostbrand. Schwächung. Blutung. Verschlagung nehme ich mal mit. Oh. Oh. Oh, ja, 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 ja. 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 Genau, direkt muss ich mal sein. Werner da kaputt machen. Die aufnehmen. Und ran an den Feind. Und dann was frei Casey's. Oh, ja, ja, ja. Und es ist großartig. Und jetzt gehen wir mal aus. Und dann dass wir uns dait sein. Wie ist man zu Hamb GIS her?! Aber der ist gleich da auch noch Eieiei Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ich habe diese Ach du Scheiße Wenn er eine zweite Phase hat, dann nimm ihn mal. Ja, in der zweite Phase. Nein, 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 nein. Oh, da hat er sich selbst geköpft. Und die Därme gucken raus. Hä? Oh, das war's. Ich kann den nicht lesen. Was ist das denn? Wo ist das denn? Oh, was ist das denn? Feuersalze, macht keinen Sinn, Sprechung. Kumproll-Magie kann für sterbliches Fleisch verheerend sein, da ihr unkliegender Zweck darum steht, die Essenz eines Wesens, ja. Was haben wir noch? Feuerschutz, bitte. Heiliger Schutz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh ja, jetzt kassiert er auch. Oh ja, jetzt kassiert er. Oh ja, jetzt kassiert er auch. Oh ja, jetzt kassiert er doch mal an. Wen kämpfst du? Oh ja. 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 Das ist meine Armour. Und in your grand armour, with your imperious voice, and your oh-so-unshakeable faith. And you can name and murder anyone our little Blackheart desires. I said be quiet! But you're only embarrassing yourself, like some talentless child mummer. They don't respect you, or fear you, no matter what you do to them. They all see clearly through your pathetic facade to the powerless, hypocritical coward you truly are. Enough! Shhh, sweet brother. You should get some rest. Okay. Was ist das denn? Wo schwärts? Ich bin nicht literary. Ich bin nicht die Hände. 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 Ich habe mich welchehiere zusammengelebt. Ich bin nicht die Hände und trainiert. Okay, hier geht es aber nicht mehr weiter. Hm. Nochmal. Ah, jetzt steigt Gewicht an. Schön. Vielleicht kann ich mir jetzt das andere Zeug da anlegen. Ne, immer noch schwer. Ja. 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 Und jetzt? Das Leuchtfeuer ist doch hier. Aber bin ich dumm. Kann doch nicht mal so weit nach oben schauen. Ja. 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 Da ist es doch, da oben. Wo sind hier zwei Hebel? Achso! Oh nein! Hä? Hä? Ich darf nochmal kurz zurück. Oh nein! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. 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 Das war's. Ah. Ach, filmen rein, oder? Das letzte Tablet! Mit dieser Tablet, Galinda wird in meine possession. Es wird mich für all I asken. You stoned, und nicht, wenn wir beide so... Just think of... No! You have my thanks. The unending marvels of the infinite to you. My knowledge of runes will be in far. So, I offer it to you. Damn you both! Galinda, for your action I could subject you to punish, but I have a life done by and by. As for you, Travel... Get back here! Fuck! You little sh... You little... All that work. Maybe Galinda should crack open. But... And in the end, Galindas services are still available. If you're not here to... Oh, I believe I will have more Kohle. Frech. Ah! You again! Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Jetzt haben wir hier 2,7. Das ist das hinbogen. Das ist das hinbogen. Das ist das hinbogen. Ja komm, der, der hier bogen des Sündenstechers. Schaut ganz gut aus, meine ich. Ah, you again! Was weg? alles weg aufwärten das ist meine mainwaffe das geht klar nicht genügend Kraft wenn ich genügend Kraft hätte kann ich den auf 10 bringen echt jetzt ah Jürgen brauche ich Meilung des Staates zerschlagen Gut, ich brauche ein bisschen Ich muss ein bisschen weinen Ich weiß gerade eh nicht wo lang Kann ich auch Ruhen direkt hier einsetzen Das ist nice Und wieder vom Glockenturm Ich weiß nicht, ich weiß nicht Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott. 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 Oh, das reicht aber auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Egal. Oh, Schild. Oh. in kraft ja das ist aber egal gut aber jetzt heißt es jetzt erst mal rauskriegen wo lang hm come on get to it Da ist das Feuer. Mal nicht von da oben. Gehen wir weiter hoch. Gehen wir weiter hoch. Gehen wir weiter hoch. Da war ich. Gehen wir weiter hoch. Ich lauf jetzt einfach mal durch. Ja, von wem tue ich laufen. So, da geht es nicht weiter. Gehen wir weiter hoch. Gehen wir weiter hoch. Gehen wir weiter hoch. Gehen wir weiter hoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 warum kommen keine Ablöser ich bin auf die Umstellung klar gekommen oder was weil ich keine hab ach so ok auch gut ok Ah. Ich weiß gerade echt nicht mehr, weil ich muss mal googeln. Oh. Oh. Oh, ich check das mal eben. Oh. 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 Weg zum Keller der Zitadelle. Boah, keine Ahnung. Hier sagt einem ja auch keiner was. Das ist dreckig einfach. Passt sowas. Passt sowas. Passt sowas. Immer wieder Himmelsrast. Quatsch, war mit allem. Und vielleicht steht hier noch etwas. Eisige Lehnen, weich. Glockentür. Weiß doch. The lamp must only then... Glockentürer of the lamp, like you I serve. Greta, the rest of the lamp is also on. Oops. Shh, number one. Die Bibelgeistin, die St. Latimer sind ein und ein Schöne, die St. Latimer sind und ein Schöne, ein Schöne. Schöne Several of our sacred texts tell of St. Latimer, a noble knight, canonized after his sacrifice the hallowed Sentinels, what was necessary. Many have given their... But Latimer was the first. The fort of Captain Stommand out there alone. Hounded by Rogar on their own corrupted... I'll pray for his safety. The fort of Cap... Hounded by Ro... I'll pray for his safety. Plenty of Allowed Sentinels blind themselves to the true lot of Wee Fidelis. Follow Captain Stommand. Das ist auch nur ein Shortcut. Den hab ich auch gelabert. Den hab ich auch gelabert. Hier unten gibt's auch einen. Was seh ich denn von hier? Doch. Moment. Kann das vielleicht sein? Dass ich von hier unten durchkomme? Und? Müsste doch rechts sein, ja? Ja. Äh. Äh. Das war's für heute. Oh. Und da ist noch einer. Oh. 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 Es ist zu weit. Es ist zu weit. Versegende Anschuldigung. Für den Scheiß habe ich das jetzt gemacht. Was ist das denn, lieber Rund? Wer wissert über Inferno? Inferno-Katalys. Ach Gott, Alter. Brauch nicht. Was ist das denn? 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 Das kommt mir auch bekannt vor hier. Was ist das denn? Oh, noch nicht. Oh. Ja, okay. Was ist das denn? Was ist das denn? Ah. Oh, das ist das denn? Oh, oh. Oh. Oh, oh. Das war's. Ja, da geht's nicht weiter. Ach Scheiße, hab ich falsch gemacht. Ja, da geht's nicht weiter. Oh, da gibt's noch eine Stelle. Ich abchecken möchte und wenn ich da nicht weiterkomme, dann war's das. Und zwar... Zurück. Das ist aber die falsche Richtung. Das macht absolut keinen Sinn. Nee, die Tür geht da nicht auf. Ja, da geht's nicht weiter. Ja, da geht's nicht weiter. Ja, da geht's nicht weiter. Gehen wir zum Schreien. Ja, da geht's nicht weiter. 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 Da geht's nicht. Das war's für heute. So, und zwar... Hier hoch. Und zwar überhaupt, weil er hochgeht. Jetzt aber da runter, oder was? Wo sind das Ding? Von unten kommt's nicht. Das ist schon mal gut. Ah. 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 Himmelsrastbrücke Hä? Digga, nicht dein scheiß Ernst Nicht dein scheiß Ernst Da geht's definitiv nicht weiter Pegasus Ich bin beim Glockenturm oder was? Oh shit Ich bin beim Glockenturm 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 Und das wäre dann Der nächste Überrest Ich laufe jetzt nochmal hier die Tür durch Ich bin beim Glockenturm Ich bin beim Glockenturm Ich bin beim Glockenturm Ich bin beim Glockenturm Mal direkt hier runter Ich bin beim Glockenturm 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 Und da bin ich wieder hier Ich bin beim Glockenturm Es muss weiter hoch gehen Das ist mir schon klar Ich bin beim Glockenturm Ich bin beim Glockenturm Ich bin beim Glockenturm Ich bin beim Glockenturm Ich bin langfristig So, viel näher komme ich da nicht ran. Da unten gibt es eine Scheißtür. Das gucke ich mir jetzt noch an. Boah, ich hasse sowas, ey. Wie mir sowas auf den Sack geht. Und da wäre die Tür hier. Äh, da machst du nix. Ah, gut. Das soll es gewesen sein. Keine Ahnung wohin. Verlaufen würde ich das nicht nennen. Äh, äh. Ich suche, ähm, nach dem Weg zum letzten Leuchtfeuer. Ich war auf jetzt seit einer Stunde rum und bisher nix gefunden. Da, zudem da. Alles andere ist schon erledigt. Weiß ich, weiß ich, wie ich da hinkommen soll. Große Tür hier unten. Kannst du nicht aufmachen? Da musst du hier vom Bossraum hoch. Weiter unten, meinst du? Oder, oder hier rechts. Der Boss in der Höhle rechts. Hier habe ich aber auch überall gefügt. Und jetzt? Unten raus und rechts. Hier unten, oder was? Ja, ich habe das Gebiet doch aber schon gemacht. Oder? Ich meine, ja. Ich lauf einfach mal weiter hier kurz. Ja, mach ich gleich. Lass mal kurz durchrennen. Nee. Nee, warte. Doch, hier war ich schon mal. Doch, doch, doch. War hier. In dem Bereich. Scheiße. Visier doch mal an, Digga. Ey, wie mir das auf den Sack geht. Hey, visier doch an. Jetzt häng ich. Ich weiß nicht. Ey, es ist wirklich nur noch nervig. Ich weiß nicht. Hey, geh hier in das Matsche, teleportieren, da meine Ports. Wo hab ich da oben vielleicht wirklich was vergessen? Ich lauf jetzt nochmal da hoch, ich guck mir das jetzt nochmal genauer an. Dabei Lepro weiter. Hier. Überrasse vom Bruder Jeremiah. Was gab es denn hier noch? Ja, da war ich auch schon. Hier oben. Hier durch. Gar nicht. Oder gab es ja noch großes Tor oder so. Hier weiter zum Turm. Äh. Warte mal kurz schauen, wo lang. Äh. Also hier wird es weiter gehen. Dann hab ich das hier aufgemacht. Das ist falsch. Nee, war richtig. Klasse. Darunter. Ach du Scheiße. Hier ist nichts mehr. Wir haben fahren verloren. Oh, doch. Hier. Hier lang. Ah. Kann das sagen? Ach Gott. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Dankeschön, Rassum. Dankeschön. Dankeschön. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Also mir wäre es nicht mehr eingefallen. Jetzt wo ich es gesehen habe. Ja. Äh. Äh. Den Bereich kenne ich aber auch. Ich setz mal hier in Setzlingen. Gehen. Den Überrest. Und das habe ich ja halt erledigt vorhin. Ich möchte es ungern jetzt so beenden, ohne zu wissen wo es lang geht, ey. Hier ist eine Gartentür. Links bevor es zum Turm geht. Ach. Ach was. Okay. Ey. Vielen Dank. Vielen Dank. Hast wir in die Nacht gerettet, jetzt ohne Scheiße, ey. Dankeschön. Wo war mein Setzling? Hä? Ist mir aber auch egal. Ach ey. Sehr gut. Von der Scheiße. Sehr gut. Sehr gut. Ich hätte es echt nicht gefunden. Ich hätte es echt nicht gefunden. Sache ist, es sieht halt wirklich fast alles gleich aus. Und solche Tore siehst du dann halt nochmal so beim Vorbeigehen siehst du und denkst, ja okay eh nix kommst du eh nicht durch. Chris moin. Boah. 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 goah. Auf die Tore habe ich es schon jetzt weg weg raus. from any time zu planen. Auf die Tore hat den Weg sogar vor dem Tor gemacht. Echt. Denn shoot. Das habe ich komplett übersehen. bin dann halt da weiter. Warum habe ich das da vercheckt, ey? Ich bin doch sogar von da gekommen. Ja, du kommst doch sogar von hier. Ruhig dich. Oh, jetzt kommt der andere auch noch. Ja, jetzt krieg ich sowieso auf die Schnauze. Ja, ich weiß echt nicht, also Frank, ich laufe da jetzt erstmal rein. So, guck mal hier, perfekt. Kurz nochmal anschauen. Bin momentan aber schon beim dritten Durchlauf. Oh, okay, das ist krass. Jetzt habe ich Bock, weiterzumachen. Von dem haben die ganzen Spackos da, ähm, hier beim, beim Himmelsrastgedöns auch gesprochen und haben gesagt, hier, der ist abgehauen, wo ist der Penner und Pipapo, ne? Ach, Gott. Machst du dich nur Platin? Ja, okay. Bin nicht so der Platin-Hunter. Ich versuche in meinem ersten Durchlauf alles irgendwie gründlich zu machen und dann reicht mir meine Reise auch und dann ziehe ich weiter. Habe ich bei Lies of P genauso gemacht, letztens. Obwohl, das Setting hat mir so gut gefallen gehabt, dass ich zweiten Durchlauf gestartet habe und dann bin ich bis zur Hälfte durchgerusht und dann habe ich da auch irgendwie keine Lust mehr gehabt. Das war der mit dem Brief, oder was? Haben wir seinen Brief hier irgendwo? Das Ziel von Sturm und Reise wird durch einen Satz angedeutet, in dem von der Glockentür am Pilgersitz die Rede ist. Das, das ist er? Scheiße, Wichser, was für Pilgersitz die Penner. Weißt du, wo Pilgersitz überhaupt ist? Weißt du, wo das überhaupt ist? Boah, 500 Stunden hörst du nie auf. Boah, ey, krass. Krass. Und das ist hier der Pilgerweg. Christ, das kann ich leider nicht machen. Also mir reicht wirklich immer nur einen Durchgang. Ein Abenteuer reicht mir. So ein paar Jahre gehe ich wahrscheinlich dann halt wieder mal zurück und schaue mir so ein paar alte Games dann nochmal an und spiele sie nochmal durch, aber bleibe jetzt nicht bei einem Game und dann mache ich sie irgendwie 400, 500 Stunden. Da habe ich viel zu da habe ich noch andere Games die ich bedienen muss. Bei denen ich kotzen muss. Nein, Don, du musst jetzt aufhören. Spiel nicht weiter, Don. Bitte lass es sein, Don. Nein, nein, mach das nicht. Wollong habe ich nicht gespielt. Aber habe ich von gehört, dass das Tutorial einige gebrochen hat. Bis zum Überrest-Samen. Ja, ich meine bis zum Überrest. Ich glaube bestimmt hier irgendeins. Bei mir nächstes wird auf jeden Fall Dings sein. Ich möchte die Dark Souls-Reihe immer wieder ballern. Ähm, Dark Souls 1, 2, 3. Drei habe ich noch nie gespielt. Eins sehr lange her. Zwei habe ich nur einmal gespielt, glaube ich. Ich habe mich dann nie wieder angefasst. Nein! Ich will doch kein Bossfight jetzt. Ich will kein Bossfight. Äh, Feuer. Nein, nicht Feuer. Ah, guck mal, die Feige ist auch. Oh. Was Toads likes, ne, machen ja auch Spaß. Man muss halt wirklich sehr geduldig, sehr entspannt an die Sache rangehen. Dann geht das meistens auch. Oh mein Gott. Ursula, mach doch nicht so. Oh. 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 Zweite Phase. Die trinkt Blut. Da ist sie. Ne, doch nicht. Die ist down. Nice. Das Gebiet hier gefällt mir gerade. Lords ist mein erstes Soulslike, aber bisher macht es Spaß. Echt? Lords of the Fallen ist dein erstes Soulslike? Krass. Äh, Chris meint es auch. Ich bin, ich bin durch Souls, ähm, Soulslike Games bin ich viel entspannter geworden. Also, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Therapie. Ne? Man lernt sich auch besser kennen, finde ich. Ähm. Umrasum, da hast du noch einiges da vor dir. So, ey, aber ohne Scheiß. Neun Stunden Sendung. Muss Feierabend machen. Ach, wie schön. Dass ich doch noch einen Weg gefunden habe. Wer weiß, wie lange ich danach gesucht hätte. heute Abend. Ab 22 Uhr. schauen wir uns die Finals an. Je nachdem. Also, ich werde es mir gleich installieren. Vielleicht schaue ich heute Mittag mal rein. schauen wir uns die Finals an. Oder ich mache vorher etwas anderes. Dann geht es weiter mit Lords of the Fallen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Oder wie ein bisschen schüge, Oder ist der Maybee. Ah, weil es mal nicht so Ich bin mir immer unter